E. A. Poe Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Fünftes Buch, die Sage von Oedipus Oedipus in Theben heiratet seine Mutter. Nicht lange Zeit, nachdem dieses geschehen, war vor den Toren der Stadt Theben in Bojotien die Sphinx erschienen, ein geflügeltes Ungeheuer, vorn wie eine Jungfrau, hinten wie ein Löwe gestaltet. Sie war eine Tochter des Taifun und der Echidna, der schlangengestalteten Nymphe, der fruchtbaren Mutter vieler Ungeheuer und eine Schwester des Höllenhundes Kerberos, der Hydra von Lerna und der feuerspeinenden Chimera. Dieses Ungeheuer hatte sich auf einen Felsen gelagert und legte dort den Bewohnern von Theben allerlei Rätsel vor, die sie von den Musen erlernt hatte. Er folgte die Auflösung nicht, so ergriff sie denjenigen, der es übernommen hatte, das Rätsel zu lösen, zerriß ihn und fraß ihn auf. Dieser Jammer kam über die Stadt, als sie eben um ihren König trauerte, der, niemand wußte von wem, auf einer Reise erschlagen worden war, und an dessen Stelle Creon, Bruder der Königin Jokaste, die Zügel der Herrschaft ergriffen hatte. Zuletzt kam es, daß dieses Creon eigener Sohn, dem die Sphinx auch ein Rätsel aufgegeben und der es nicht gelöst hatte, ergriffen und gefressen worden war. Diese Not bewog den Fürsten Creon, öffentlich bekannt zu machen, daß demjenigen, der die Stadt von der Bürgerin befreien würde, das Reich und seine Schwester Jokasta als Gemahlin zu Theil werden sollte. Eben als jene Bekanntmachung öffentlich verkündigt wurde, betrat Oedipus an seinem Wanderstabe die Stadt Theben. Die Gefahr wie ihr Preis reizten ihn, zumal, da er das Leben, wegen der drohenden Weissagung, die über ihm schwebte, nicht hoch genug anschlug. Er begab sich daher nach dem Felsen, auf dem die Sphinx ihren Sitz genommen hatte, und ließ sich von ihr ein Rätsel vorlegen. Das Ungeheuer gedachte dem kühnen Fremdling ein recht Unauflösliches aufzugeben, und sein Spruch lautete also »Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig und am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füße. Aber eben, wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner Glieder ihm am geringsten.« Oedipus lächelte, als er das Rätsel vernahm, das ihm selbst gar nicht so schwierig erschien. »Dein Rätsel ist der Mensch«, sagte er, »der am Morgen seines Lebens, solange er ein schwaches und kraftloses Kind ist, auf seinen zwei Füßen und seinen zwei Händen geht. Ist er erstarkt, so geht er am Mittag seines Lebens nur auf den zwei Füßen. Ist er endlich am Lebensabend als ein Greis angekommen und der Stütze bedürftig geworden, so nimmt er den Stab als dritten Fuß zu Hilfe.« Das Rätsel war glücklich gelöst, und aus Scham und Verzweiflung stürzte sich die Sphinx selbst vom Felsen und zu Tode. Oedipus trug zum Lohne das Königreich von Theben und die Hand der Witwe, welche seine eigene Mutter war, davon. Jocaste gebar ihm nach und nach vier Kinder, zuerst die männlichen Zwillinge Idiocles und Polyneikes, dann zwei Töchter, die ältere Antigone, die jüngere Ismene. Aber diese vier waren zugleich seine Kinder und seine Geschwister. E.A.P. Productions E.A.P. Productions Einstimmungs